Die 22. Landwehrdivision war ein Großverband der Preußischen Armee im Ersten Weltkrieg. Gliederung Kriegsgliederung vom 1. April 1917 6 Landwehr-Infanteriebrigade Landsturm Infanterie-Regiment Nummer Landwehr-Infanterie-Regiment Nummer Landwehr-Infanterie-Regiment Nummer 1 Eskadron-Ulanen-Regiment Graf Zedonar Nummer Feldartillerie-Regiment Nummer Pionierbataillon Nummer 422 Kriegsgliederung vom 27. Januar 1918 6 Landwehr-Infanteriebrigade Landsturm Infanterie-Regiment Nummer Landwehr-Infanterie-Regiment Nummer Landwehr-Infanterie-Regiment Nummer 1 Eskadron-Ulanen-Regiment Graf Zedonar Nummer Feldartillerie-Regiment Nummer Pionierbataillon Nummer 422 Divisions Nachrichten Kommandeur Nummer 522 Gefechtskalender Die Division wurde am 26. März 1917 an der Ostfront zusammengestellt und kam hier bis über das Ende des Ersten Weltkriegs zum Einsatz. 1917 20. April bis 31. August Stellungskämpfe vor Riga 1. bis 5. September Schlacht um Riga 3. September Einnahme des westlich der Dünar gelegenen Teiles von Riga 6. bis 24. August Stellungskampf nördlich der Dünar 1. Oktober bis 1. Dezember Kämpfe am oberen Stürstorchut 2. bis 17. Dezember Waffenruhe Ab 17. Dezember Waffenstillstand 1918 bis 18. Februar Waffenstillstand 18. Februar bis 21. Juni Kämpfe zur Unterstützung der Ukraine 22. Juni bis 15. November Besetzung der Ukraine Ab 16. November Räumung der Ukraine 1919 bis 16. März Räumung der Ukraine Kommandeure